So lächerlich, wie es für manche möglicherweise auch klingt, nicht jeder kann lachen und schon gar nicht grundlos. Auf den Stand raus geht das nicht, da braucht man eine Situation dafür. Auf Hahahaha, schon. Wenn man jeden Tag nur lachen würde, dann würde man ja auch albern sein. Jeder kann aber lernen, in jeder Situation zu lachen, auch ohne Grund. Und es macht auch noch gesund. Naja, ich glaube das hat was mit den Hormonen zu tun und keine Ahnung, nicht Adrenalin, aber irgendwas, eine Endorphine, genau, wenn ausgeschüttet, dann geht es einfach besser. Auch wenn es für die meisten selbstverständlich ist, obwohl wir wissen, was es uns gut tut, wir tun es dennoch viel zu selten. In Österreich nur drei Minuten täglich. Halb so oft wie noch vor 40 Jahren. Das, was es heutzutage zu überwinden gibt, sind die Hemmungen. Vielleicht, weil sie sich trainieren? Es ist einmal jeder andere Typ und manche sind halt da. Ich denke, wenn man so gerade vor der Arbeit kommt und man ist nur in Gedanken, man hat vielleicht dann wirklich wenig zum Lachen. Andere Länder, andere Sitten, also ich denke, wir Deutschen, wir sind aus Deutschland, wir lachen wenig, leider. Österreicher lachen vielleicht mehr. Man lächelt mehr oder grinst, richtig laut loszulachen, ist einfach in der heutigen Zeit, in den heutigen Generationen sehr schwer. Meistens hat man Hemmungen, dass man jetzt loslegt, zu lachen und wirklich einmal sagen. Lachen kann eine Vielzahl von Bedeutungen haben und trägt in jeder Art und Weise dazu bei, dass sich Menschen besser und glücklicher fühlen. Der Körper kann nicht unterscheiden, ob es ein echtes oder falsches Lachen ist. Er profitiert von beiden Formen. Lachyoga wurde von Dr. Madan Kataria, das ist ein Inder, der praktischer Arzt und Arzt auch in einem Krankenhaus war, erfunden und der hat festgestellt, dass einfach die Menschen schneller gesund sind, wenn sie viel lachen, beziehungsweise auch als präventive Lösung eine sehr gute Geschichte ist. Wer viel lacht, ist weniger oft krank. Naja, das ist ja dann gekünstelt. Man muss schon einen Grund haben zum Lachen. Wer sagt das? Naja, ich sag das. Genau darum geht es beim Lachyoga. Los so drauf, loszulachen kann erlernt werden. Ganz banale Übungen helfen dabei und man kann sich so leicht zum Lachen bringen. Denn Lachen steckt bekanntlich an. Also man kann jetzt zum Beispiel den Handylacher machen, wo man sagt, man imitiert ein Handy und hat einen Gesprächspartner, der einem etwas ganz Witziges erzählt und kann darüber einfach lachen. Oder man hat auch das Begrüßungslachen, wo man hergeht und sagt, Grüß Gott und dabei lächelt. Kinder beherrschen die Gefühlsäußerung des Lachens am besten. Wer lacht, lebt länger und vor allem gesünder. So eine alte Volksweisheit.